Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BunkerCast. Ich bin Frank Ei und begrüße heute bei mir im Bunker Ulmenwall den Cellisten, Komponisten, Improvisations- und Performancekünstler, Mitbegründer und Organisator der Kultureinrichtung Wildrose Melle e.V., Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender der Kooperativa Neue Musik in Bielefeld. Kurz um einen ganz wichtigen Menschen für die Bielefelder Kulturszene und weit darüber hinaus. Herzlich willkommen, Wilhelm Schulz. Ja, danke. Es soll ja heute gehen um ein Projekt, was mit diesem Instrument zu tun hat. Und es ist eine Kriegs-Nachkriegsgeschichte und seit sechs Tagen, seit sieben Tagen sind wir jetzt wieder in einem neuen Krieg. Und ich möchte eigentlich als erstes etwas dazu spielen. Etwas, eine Art Requiem. Und ich möchte jetzt eine Art Quartier,zuschatz, in einem neuen Krieg. Und ich möchte jetzt eine Art Quartier, was mit dem großen Teil des Kulturszene und wird das Kulturszene gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und innerlich bei ihm war, fiel mir eine Melodie ein, der er früher beim kammermusikalischen Musizieren oft gespielt hatte. Aus dieser komponierte ich ein Cello-Stück für ihn, das ich ihm noch direkt vor seinem Tod durch das Telefon ins Ohr spielen konnte. Auf seinem alten Cello. Dies erinnerte mich an die Geschichte, die jenes Cello mitgemacht hatte. Krieg, Gewalt, Leid, Hoffnung, Glück. Das gesamte Spektrum menschlicher Erfahrung. Und vielleicht habe ich es unbewusst auch deshalb nie als heilige Antiquität behandelt, sondern als Instrument, mit dem ich zu jeglichem Ausdruck, jeglicher Interaktion bereit war, die unser Leben hervorruft. So als wollte das Cello seine gespeicherten Traumata aus den Rippen quetschen und nach Freiheit und Vision suchen. Und in mir entstand das Bedürfnis, an den Ort der Kriegsbeute zurückzukehren, um eine Art der Versöhnung zu finden, worin immer diese bestehen könnte. Wo aber war dieser Ort? Einmal hatte Rudi mir den Namen der Stadt genannt. Ich hatte das vage Gefühl, dass es eine Stadt mit T war. Aber in Nordfrankreich gab es keinen Namen, der mir bekannt vorkam. Auch nicht im Gesamtverzeichnis der französischen Städte. Daraufhin ging ich auf der Landkarte die nordfranzösischen Städte durch und tatsächlich, plötzlich war da ein Ort, dessen Klang mir bekannt vorkam. Da mir Rudi in Erinnerung kam, wie er sich als nicht-französischer Sprechender mit mehreren nasalen Mythe. Saint-Quentin. Das könnte der Ort sein. Ich recherchierte, dass er tatsächlich am südlichen Rand der deutschen Truppenbewegung lag und auch eine Größe hat, die zutreffen könnte. Allerdings gibt es heute keine Geigenbauwerkstatt mehr dort. Es wäre also herauszubekommen, ob es eine solche oder ein Musikgeschäft 1940 dort gegeben hat. Und wenn ja, ob es noch Menschen gibt, die sich daran erinnern können oder damit zu tun haben. Hier könnte dann hoffentlich eine Begegnung beginnen mit offenen Schritten. Wie gern würde ich dem Ort etwas zurückgeben von der Musik, die mir das Cello in meinem Leben geschenkt hat. Ja, das habe ich 2015 geschrieben. Und dann verging, wie gesagt, eine Zeit... Ne, hatte ich noch gar nicht gesagt. Es vergingen jedenfalls vier Jahre, bis es plötzlich den Moment gab, wo ich losgefahren bin. Die vier Jahre, war das einfach nur ein Sammeln von Bündeln von Kräften? Oder hast du in der Zeit noch Recherche betrieben? Also brauchtest du die Zeit oder war es einfach nur der Moment, der gefehlt hat, wo der Impuls kam? Es war nur der Moment. Es ist ja so, dass das Leben immer voll ist von Themen. Bei freischaffenden Musikern sowieso auch. Man hat immer so viele gleichzeitig Projekte. Und das war wie so ein Hintergrundprojekt. Ich habe es sozusagen irgendwie als Bedürfnis in die Welt gesetzt. Ich möchte das mal recherchieren, aber ich weiß gar nicht wie und mit wem und so weiter. Das ist eine Gleichung mit sehr vielen Unbekannten. Und dann kam ein sehr wichtiger Moment. Ich erzählte einer Bekannten von mir in Berlin, mit der ich zusammenarbeite in einer Hochschule, diese Geschichte oder diese Frage. Und dann sagte sie, hör mal, mein Freund, der wohnt da ganz in der Nähe. Bruno. Bruno war sofort Feuer und Flamme und sagte, ich helfe dir dabei. Und der wohnte tatsächlich irgendwie 20, 30 Kilometer entfernt von Saint-Quentin. Und dann gab es nochmal einen Moment, nämlich als meine Frau wegen einer ganz anderen Sache nach Frankreich wollte. Und sie sagte, willst du mich nicht begleiten? Und da kam mir die Idee auf, wenn sie da, das war so in der Champagne, wo sie hin wollte, wenn sie da was vorhat, dann könnte ich ja in der Zeit mal den Spuren nachgehen. Und Bruno hatte Zeit und so ging es plötzlich los. Und das, also ohne irgendwelche Vorbereitungen, sondern ich bin einfach nur hingefahren, zu ihm nach Hause. Und dann war für uns beide die Frage, ja, wie gehen wir jetzt los? Und das Tolle ist, der Zufall oder wie man ja in der Musik auch sagt, die Aleatorik, Alea, der Würfel, hat uns den Weg geführt. Wir sind erst mal dahin gefahren, wo Bruno seine Bekannten hatte, nämlich gar nicht nach Saint-Quentin, sondern die Stadt in der anderen Richtung, Amiens. Dort wohnte zum Beispiel sein Cousin, der Geigenbauer war und dem er das gerne zeigen wollte. Und der fragen wollte, sag mal, fällt dir da irgendwas zu einem? Wo setzt man da an? Na ja. Und dann sind wir da hingefahren, aber der war erst mal gar nicht da. Und dann haben wir gesagt, okay, der kommt erst heute Nachmittag, besuchen wir doch erst mal noch den und den Freund. Also er hatte da verschiedene Bekannte und dann haben wir tatsächlich einen Künstler und dann einen Bootsbauer und besucht. Und überall entstanden schon Momente, wo ich das Gefühl hatte, nicht nur ich, sondern das Cello. Also wir wollen zusammen da irgendwie hin und auch etwas geben. Und dann haben wir schon da ganz kleine Konzerte gemacht, zum Beispiel in dem großen Bauch eines Schiffes, der zu einem Eventraum ausgebaut werden sollte und der nach totaler Baustelle war und wo plötzlich ein wahnsinniges Echo erklang. Und dann nachmittags war eben der Geigenbauer da, der guckte sich das an und ihm war sofort klar, wo das Cello gebaut worden ist. Nämlich in Mircourt, eine Geigenbauerstadt in Frankreich, so ähnlich wie sie in Deutschland, Mittenwald, Klingenthal ist zum Beispiel. Und dann auch wieder wie bestellt, kann man fast sagen, saß dort ein Sinti, der ein Cello an den Geigenbauer verkaufen wollte. Der saß einfach da, gerade als wir da reinkamen und kriegte das mit, dass wir darüber sprachen. Und dann haben wir erst den Geigenbauer gefragt, sag mal, fällt dir da irgendwas zu ein? In Saint-Quentin gab es da auch mal einen Geigenbauer? Und dann sagte dieser Sinti, ja, ich weiß, das ist da ein Geigenbauer, nämlich den Herrn Lüka. Aber ob der noch lebt, wahrscheinlich lebt er nicht mehr. Aber er hätte mal seine Tochter getroffen. Aber ob die noch irgendwie, wir hätten einfach mal getroffen und die könnte ja vielleicht auch noch existieren. Wir sollten uns doch mal durchfragen. Und dann waren wir total happy über diesen Namen schon mal. Und dann sind wir rausgegangen und dann kamen bestimmt noch drei, vier, fünf andere Stationen in Amiens, wo wir noch weiter geguckt haben, weil wir schon da waren, welche Orte wollen noch das Cello hören. Und dann war das eine alte Klosterkapelle, die jetzt ein Kulturzentrum war, so ein bisschen ähnlich wie hier die Kapelle Hospitalis. Dann gab es aber auch die Kathedrale Notre Dame von Amiens, ein riesiger Bau. Das erste Haus am Platze sozusagen. Das erste Haus am Platze, wo wir reingegangen sind. Und ich dann das Gefühl hatte, erst mal von diesem unglaublichen Raum. Das ist das gotische Himmelstreben in Reinform. Ich werde ja oft als Paradebeispiel auch so angeführt. Absolut. Also es kommt dann ja immer erst mal eine, fast eine Beklemmung auf. Die Phase der Einschüchterung. Aber vor dieser Großartigkeit, auch so eine Hochachtung. Und ich kriegte aber sofort dieses Gefühl, dass Cello möchte da spielen. Und da waren aber andere Leute, Touristen. Und dann hatte, Bruno erkannte dann auch die Führerin der Touristen, weil er auch irgendwie eine alte Bekannte war. und überlegte kurz, ob er die fragen sollte, ob wir da spielen könnten. Und dann sagte er sich selber, mach es lieber nicht, weil dann muss sie zu irgendwelchen Zorchern oder was usw. gehen. Und dann kann es lange dauern, bis du eine Antwort bekommst. Machen wir es einfach. Machen, ja. Und dann habe ich mich tatsächlich da, es war so ein riesiges Labyrinth, Ja, ich bin da irgendwie da voll in die Mitte dieses Labyrinths gesetzt und habe dann einen Ton gespielt. Und dann in so einem Raum hast du ja eine Resonanz unglaublich. Der Ton, der fliegt sozusagen los. Man kann ihm hinterher gucken. Und hinterher gucken und so klein du bist, so winzig eigentlich du gegenüber diesem Raum, so groß kann der Ton werden, der in jede Ritze dieses großen Raumes fliegt und ihn erfüllt. Das ist schon irgendwie ein wunderbares Erlebnis. Und dann konnte ich sozusagen die Töne schichten und irgendwie, man musste gar nicht viel machen, aber den Klang sozusagen. Man spielt den Raum, ne? Man spielt den Raum und der Raum gibt dir alles zurück. Der beschenkt dich wunderbar. Ja, das beantwortet eigentlich fast schon eine Frage, die ich hatte. Dieses mehr oder weniger spontan an verschiedenen Orten spielen. Kam dir das ganz natürlich oder hast du das teilweise auch als ein, ja, im Hinblick auf deinen Vater erneutes Eindringen in einen fremden Raum empfunden? Habe ich überhaupt nicht so empfunden. Also eigentlich fast überall in der Welt wünschen oder bist du eingeladen, Töne zu geben. Ich war auch in Afrika mit Instrumenten und in verschiedenen, und immer wenn ich Musik gegeben habe, dann kommt was Positives zurück. Und es entsteht Verbindung, es entsteht Freundschaft, es entsteht Kommunikation. Also da habe ich auch eine sehr positive Grunderfahrung und davor hatte ich eigentlich keine Bedenken. Also das ist sozusagen... Also da stand die Geschichte des Instruments euch nicht im Weg? Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Das Cello wollte ja irgendwie anscheinend auch zurück in die Heimat da. Ja, und so sind wir dann am nächsten Tag nach Saint-Contin. Auch wieder mit Zwischenstationen, die ich jetzt nicht alle hier erzählen kann. Also wirklich auch wunderbare Zwischenstationen, wo ich für eine demenzkranke alte Dame gespielt habe und so weiter. Und wo wir dann auch das jetzige Musikgeschäft getroffen haben, was da jetzt ist, was aber mit Herrn Lücker nichts zu tun hatte, sondern ein neues, wo man einfach erleben konnte, wie auch Musikgeschäfte dieser, ich sag mal, dieser alten Art, allmählich alle kaputt gehen. Das Internet, ne? Durch das Internet. Mal fragen hier, wo sind hier die Sachen gekauft? Bestimmt nicht hier, Stimmt nicht hier, wie in Bielefeld auch, Niemeyer und so, hat ja im Grunde daran auch kaputt gegangen. Ja, na klar. Und so ein Geschäft gab es da auch und der Besitzer dort, der kannte wiederum den alten Lücker noch und wusste noch, wo das Geschäft war vor langer Zeit und hat uns dann die Adresse gesagt und dann sind wir wieder über mehrere Stationen, also zum Beispiel einem Heimatforscher-Verein, der genau an diesem Nachmittag, also es war immer mittwochs nachmittags, tagte der und wir kriegten diesen Tipp von einem Beamten aus der Stadtverwaltung und der spielte auch zufällig Cello und ging mit uns da hin und sagt, da müsst ihr fragen, ob dieser Geigenbauer Lukas schon 1940 da war und so. Und das war dann wieder eine große Frage, war er da schon, es gab sowas wie gelbe Seiten, die die auch dann aus ihren Regalen zogen, diese Heimatforscher, da waren so sechs Forscherinnen und Forscher, die um den Tisch saßen und irgendwie ganz so Bilderbuch-mäßig und die guckten dann genau nach und dann war tatsächlich, gab es von 1936 eine oder 37, ich weiß nicht mehr, so einen Katalog, da stand er nicht drin und dann gab es wiederum von 1950, glaube ich, einen Katalog, da stand er drin. Das heißt, der Krieg war sozusagen ausgespart, war also offen, ob er tatsächlich das war. Und dann haben wir auch da in diesem Salon von denen, habe ich auch noch gespielt, habe ich noch mal auch die Musik mit reingebracht, dann sind wir tatsächlich zu dieser Adresse gegangen und das machte auch schon so den Eindruck, dieses Haus, dass es ein Laden war. Es hatte nämlich an der, normalerweise hat ja ein Haus so eine 90-Grad-Winkel und der war so abgeschrägt und zugemauert. Da war also mal eine Tür, sah also aus wie ein ehemaliger Laden. Ein typischer Geschäftsangang. Genau. Und dann sind wir zu der Haustür gegangen, um die Ecke und tatsächlich, da stand Lüka. Wir haben geklingelt, es war, es kam nichts. Wir haben wieder geklingelt, fünfmal geklingelt, keine Reaktion. Na ja, haben wir gedacht, das kann ja auch gut sein, dass die Familie oder wer da auch immer wohnt jetzt beim Arbeiten ist oder im Urlaub oder so. Und haben dann in der Nähe einen anderen Geschäftsmann gefragt, der da in seinem Antiquitätenladen arbeitete und er sagte, doch, da wohnen zwei ältere Herrschaften, da müssen sie mal richtig kräftig klingeln, ne? Wir wieder dahin, aber es tat sich wieder nichts. Gut, haben wir gesagt, probieren wir es einfach später, sind wieder losgezogen und sind in die Kathedrale Notre-Dame von Saint-Cartain gegangen. Nochmal, ich sag mal, wahnsinniger dieser Raum, weil er war völlig entleert, da war nichts drin, wie sonst in katholischen Kirchen hängt ja oft ganz viel Bilder, Kreuze und alles mögliche und dieser war fast entleert und da hab ich dann wieder angefangen zu spielen, also das war noch magisch, weil es gab vorne wieder so ein Labyrinth und ich bin dann, ich hab das Cello, also das Cello-Kasten in die Mitte gestellt und bin dieses Labyrinth gegangen und hatte das Gefühl, ja, das ist ja auch so ein Reflexions Konzept, man geht durch dieses Labyrinth, geht wieder andere Wege zurück, denkt manchmal, man ist schon am Ziel, dann muss man ganz wieder zurück und wieder rum und hat einen sehr, sehr langen Weg zu gehen und den bin ich tatsächlich auch gegangen bis zu dem Cello, was in der Mitte war und dann habe ich das Cello genommen und dachte, jetzt suche ich den Ort, den Platz, wo ich spielen möchte und ich bin sozusagen durch diese ganze Kathedrale ziemlich straight durchgegangen und fand sofort und eindeutig den Platz, der es sein sollte, nämlich im hinteren Bereich auch so ein groß, ein riesiger Chorraum und unten in dem Boden ein Mandala eingelassen, so ein sternförmiges und in der Mitte ein Kreis, der genau so groß war, dass ich da reinpasste und nur der Stuhl fehlte mir und die Kirche war ja leer, aber ein Stuhl stand da vorne an der Wand. Es war echt magisch. Und du sprichst so noch von Zufällen. Ja, doch Zufall, es ist mir zugefallen. Dann habe ich den Stuhl genommen und ihn da reingesetzt und dachte, das ist vor Jahrhunderten genau für mich in diesem Moment gebaut worden. Wirklich dieses Gefühl hatte, dass das jetzt sozusagen das ist für mich dort gemacht worden. Und dann guckte ich hoch und an der Wand waren Noten. Unglaublich, ne? Noten. Alte Neumen oder? Ja, sowas gregorianische Choralnoten, die teilweise auch verwittert waren, aber ich dachte irgendwie, weil sie ja sonst in der Kirche so gut keine Bilder und so waren, aber an der herstellen. Eine klare Aufforderung. Ja, und dann habe ich da wieder gespielt und es war wunderbar. Es hat mich total tief berührt, dass ich da spielen durfte. Und dann sind wir rausgegangen und dann guckte ich so hoch und dachte, hier vorne auf diesem Platz möchte ich auch nochmal spielen. und dann habe ich da irgendwie gespielt und dann kam eine junge Frau, eine dunkelhäutige junge Frau und stellte sich so in zehn Meter Abstand davor und hörte und hörte und hörte und da habe ich so gemerkt, man braucht jetzt nicht ein großes Publikum, sondern genau das war es. Das war ein, ich weiß nicht, an was sie das erinnert hat, aber es war für mich wieder ein magischer Moment. Eine von ganz vielen intensiven Begegnungen, die du haben durftest. Und dann sind wir losgegangen und hatten das Gefühl, boah, wir müssen uns irgendwie Luft verschaffen, komm auf einen Platz und da war eine eine völlig skurrile Bar. Wir da rein wollten ein Bierchen trinken, um uns zu irgendwie zu erden zu erden. Und dann das war eine Bar, ihr müsst das ein bisschen wie hier wie der Bunker hier, aber jetzt lauter Plakate, Instrumente, erotische Bilder, Schriftgeschichten aufgehängt, hingestellt, Licht, Illumination und so weiter und so eine richtig verrückte, abgefahrene Bar. Und die Frau da, die hat uns sofort eingeladen und dann hatte die einen kleinen Hund, der da immer so rumwuselte und dann holte sie ihn heran und sagte, nimm mir auch Platz hier, setzte er sich da hin und dann holte sie ein Getränk, so ein grünes Getränk für den Hund, stellte das vor ihn hin und dann fing der an, das da raus aus dem Glas zu trinken. Es war so witzig. Wir konnten plötzlich so lachen wieder. Also die ganz andere, in der Musik nennt man das ja Kontrapunkt. Auf der einen Seite das Traumatische oder das Melancholische oder so und dann wieder das Ausbrechende oder das Fröhliche oder so als Spannungs und das haben wir total erlebt. Das ist ja auch in Extrem. Total, ja, aber alles so dicht hintereinander. Ja, und dann nachdem sie uns dann auch noch nochmal einen ausgegeben hatte, gingen wir wieder los zu der Stelle, zu dem Haus von Luka klingelten und tatsächlich die Tür ging auf. Halb auf und Bruno, Gott sei Dank hat Bruno, war Bruno bei mir, weil ich kann kaum Französisch sprechen, nur so ein bisschen und er konnte sofort mit wenigen Sätzen klar machen, was was für eine Geschichte die Tür wurde geöffnet, kommen sie rein, natürlich, kommen sie rein. Wir setzten uns da in diesen Eckraum, wo diese schräge Tür war, jetzt ein kleiner Salon mit zwei Sofas und einem Klavier. Sie rief ihren Bruder, auch ein alter Mann, und die beiden waren ganz so. Und dann haben wir diese, also Bruno hat dann mich immer übersetzt, habe ich von der Geschichte erzählt und sie wussten sofort, was los war, denn die Frau war damals, ich glaube, die ist 1937 geboren, die war also irgendwie vier Jahre oder also jedenfalls ein kleines Mädchen und erinnerte sich, dass nach dem Krieg davon erzählt wurde in ihrer Familie, denn es fehlte auch ein Auto und dann gab es Reparationszahlungen von der, von der Deutschen, von Deutschland. Das Auto wurde ersetzt, aber die Instrumente, die fehlten, also davon hatte sie dann auch, das hatte sie im Kopf, es waren Instrumente geklaut worden, es fehlten Instrumente, die wurden nicht ersetzt. Und das war für, also das, wir da jetzt kamen, war für sie, glaube ich, ein ganz großer Moment. ja klar. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne für sie auf dem Cello ein bisschen spielen und ab dann, ach nee, vorher kam noch, dass ich das Cello ausgepackt habe, aus dem, aus dem Kasten und ihnen sozusagen so auf den Händen wie so ein Baby. Ich hatte die Assoziation, das ist wie wenn eine junge Familie ihr frisch geborenes Kind den Eltern vorzeigt. Oder, und sie haben so ganz vorsichtig haben sie das berührt und ich habe es ihnen dann übergeben und dann also man kann sich dieses gut vorstellen, glaube ich, dass sie dann dieses Instrument so ganz vorsichtig betrachtet haben. Also auch so Man muss das erstmal realisieren. Ja, ja, ja. so verrückt begreifen im wahrsten Sinne. Und dann habe ich gesagt, ich würde ihnen auch gerne ein bisschen was spielen und habe einfach losgespielt, wie ich das am liebsten mache, das zu spielen, was im Moment sozusagen stimmt. auch ein schönes Wort dafür, stimmt. Das ist ja auch ein musikalisches Wort, dass etwas stimmt. Und dann die Frau sagte dann, sie hat sie schon viele Cello-Konzerte gehört in ihrem Leben, aber das war jetzt das schönste, was sie je gehört hat. Das hat sie einfach so tief berührt. und dann haben wir Adressen ausgetauscht und ich habe erzählt, das habe ich erzählt, dass ich das auch aufschreiben möchte. Doch, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Die Geschichte irgendwie und vor allen Dingen ich habe gesagt, ich würde so gerne auch noch mal ein Konzert in der Stadt geben. Wir haben dann gefragt, ach so, dann haben sie gesagt, die eigentliche Werkstatt damals im Krieg war woanders und die haben wir dann noch aufgesucht, haben dann erst ein falsches Haus gehabt, aber im Nachhinein auch das richtige Haus gefunden und konnten uns sofort vorstellen, wie mein Vater damals in dieses Haus, so richtig mit Blei verglasten Fenstern und so, also bilderbuchmäßig auch eine Geigenbauwerkstatt, wie er da reingegangen ist und nachher mit dem Instrument rausgekommen ist. Die Geschichte ging dann noch um einiges weiter, ich kürze das mal ab jetzt, das war also zwei Tage, wo wir sozusagen bis ins Innere dieses Randvoll mit Erlebnissen dieses ja auch bis ins Innere vorgedrungen sind und dann bin ich wieder in die Champagne gefahren, habe meine Frau abgeholt und als wir dann zurück durch Frankreich fuhren, war unklar, welche Strecke wir fahren, dann ließen wir uns da beraten von der Frau, wo sie gewesen war und die sagte, fahr doch mal über Straßburg, da ist irgendwie irgendwas Interessantes, Interessantes Schloss von so und so, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls wir haben das gemacht und plötzlich während der Fahrt gucken wir auf ein Schild und lesen Vosk, also Bogesen und dann sagte Barbara, Mensch, in Bogesen soll doch dieses Merkur sein, wir gucken auf die Landkarte und tatsächlich 40 Kilometer von da entfernt und wir dann da hingefahren und dann haben wir da in dem Ort recherchiert diesen Geigenbau im Geigenbauer gab es da nicht mehr, aber seinen Ort und der war inzwischen Sozialwohnungen drin und also relativ armselig ist und auch fast alles geschlossen und so und trotzdem habe ich da auch noch mal gespielt an diesem Geburtsort sozusagen dieses Instrument und dann sind wir nach Hause gefahren und dann nochmal ein magischer Moment noch am selben Abend kriegte ich eine Mail von meiner Schwester dass sie auf dem Dachboden gewesen war und ihr völlig zufällig ein brauner Umschlag in die Hände fiel und sie hat den geöffnet und was war da drin die Bilder die mein Vater von diesem Feldzug gemacht hat ganz kleine ganz kleine Bildchen wo man ihn sehen konnte oder auch andere Soldaten wo man die Musiker sehen konnte und wo man auch ein bisschen nachvollziehen konnte dieses die Jugend war ja auch verführt worden sie irgendwie dieses zwischen diesem Wahnsinns Leid und auch diesem Versuch irgendwie ich sag mal das Beste draus zu machen oder so wie kann man sonst mit einem Instrument in den Krieg ziehen kann man sich jetzt vorstellen dass da die Russen dass da Russen sind die mit ihrem Instrument da irgendwie los gefahren sind also man weiß es nicht es passieren die verrücktesten Sachen ja 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 genau jedenfalls als ich diese Bilder gesehen habe habe ich auch noch mal ganz tief an meinen Vater denken müssen wie ein junges Leben durch so einen Krieg so fertig gemacht wird er hatte nachher auch noch schwere Verwundungen also die ganze wurde später im Krieg noch was so ein Granatsplitter durch seinen Mund durch jedenfalls etwas was er sozusagen nach dem Krieg völlig abschneiden wollte aber vermutlich nicht konnte und da hieß es bei uns immer früher wenn wir wir waren vier Kinder streitet euch nicht macht lieber Musik was ich sozusagen bei den Verletzungen dieser Kriegsgeneration auch verstehen kann aber wo ich mich natürlich dann als Heranwachsender dann auch in die 60er Jahre 68er Jahre hinein die Generation die versucht hat das aufzuarbeiten und Fragen gestellt und auch da das zu durchbrechen und Fragen stellen genau aber auch auch die das nicht nur ich sag mal nicht nur diese harmonisierende und harmonische Seite in der Musik zu suchen sondern auch die ganze Spannbreite auch den Schrecken und die Verletzung die den Wahnsinn und so weiter auch in der Musik mit umzusetzen umzusetzen das war für mich für mich im Grunde ein Lebensthema Musik eben auch als Teil des Lebens der gesamten Spannbreite zu zu nehmen das ist ja auch unvermeidlich wenn Kunst wirklich reflektieren will und nicht nur so tun als ob dann heißt das ja zwingend dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und die irgendwie dann auch umsetzt als du diese Reise angefangen hast hattest du schon irgendein Verhältnis zu Frankreich oder war das auch rein örtlich gesehen so ein Sprung ins kalte Wasser Interessanterweise ich war nie gut in Sprachen aber für mich war von vornherein klar Englisch ist es nicht da habe ich mich völlig ich mochte die Sprache einfach musikalisch nicht aber Französisch mochte ich total von daher hatte ich immer so eine Sympathie ich hatte auch mal eine französische Freundin und dann geht natürlich auch das Herz auf ja so ich hatte eigentlich schon eine Affinität oder wie man das nennen will du warst aber vorher noch nicht in Frankreich oder schon okay doch so also urlaubsmäßig und zwar schon gut das ist wenigstens dann in dem Punkt jetzt kein kompletter Neubeginn sondern schon erste Schritte ich habe ja auch schon in Paris gespielt und so weiter also ich habe schon schon Erfahrungen ja würdest du denn sagen dass diese Reise und die Erlebnisse die du dabei gehabt hast dieses Verhältnis zum Land nochmal verändert haben oder ist das eine ganz andere Geschichte naja ich habe sozusagen noch mal in mir gefühlt was da was da für ein Wahnsinn zwischen den Nachbarländern abgelaufen ist und wenn ich jetzt Russland und Ukraine höre die auch Bruder Nationen sind und auch da was voll durch die Familien geht dann denke ich auch dass das ist also schwer zu fassen schwer zu fassen und von daher bin ich eigentlich sehr froh dass ich irgendwie in diese Geschichte eingestiegen bin die sozusagen ich geerbt habe also mein Vater hat davon nicht mehr viel mitgekriegt sozusagen gar nichts mehr aber mein Vater lebt ja in mir weiter und auch sein ich sag mal seine Verschlossenheit der wird garantiert dieses Thema im Kopf gehabt haben und hat wahrscheinlich gehofft als er mir das mit 14 Jahren übergeben hat dass damit irgendwie der Junge macht da jetzt was Neues mit der weiß davon nichts und so das könnte sein dass er sich befreit hat indem er ein neues Instrument gekauft hat und dieses alte Thema los war weil wenn Kriegsbeute wenn einem das im Kopf ist dem Haupt etwas an sicher er hat das nie also dieses Wort Kriegsbeute war nie in seinem Repertoire aber wahrscheinlich in seinem Kopf das wirft ja ein ganz interessantes Thema nochmal auf und zwar das Verhältnis Mensch und Instrument ganz konkret in deinem Fall jetzt der Titel Töne um Vergebung den könnte man ja auch als ein Imperativ deuten also eine Aufforderung an das Instrument erklinge du um Vergebung zu erbitten oder so ist das auch so in die in den Titel mit reingewogen also siehst du das auch so und dann kommt natürlich die Frage welches Verhältnis hat Wilhelm Schulz zu seinem Cello ist es mehr als nur ein Werkzeug natürlich durch die Geschichte die es mit sich gebracht hat muss es eigentlich ja schon mehr sein aber die Frage ist trotzdem wie geht ihr miteinander um sprecht ihr miteinander oder wie ist dein Verhältnis zu diesem Cello ein Instrument ist ein Partner oder eine Partnerin es ist eindeutig man ist verbunden man ist aufeinander eingespielt das ist übrigens auch habe ich mal von einem Geigenbauer gehört also richtig untersucht worden dass die Zellen eines Instrumentes des Holzes sich ausrichten nach einer Person die darauf spielt das kann man sich sofort vorstellen die Schwingungen die man hat übertragen sich natürlich auch gegenseitig und insofern wächst das zusammen und wenn das Instrument jemand anders übernimmt muss er erst damit wieder warm werden das ist auch wie mit dem Hund auch du hast einen Hund und der hat sich voll auf dich eingestellt und jetzt ich sag mal der Besitzer stirbt und er muss sich auf einen neuen einstellen und auch da gibt es dann eine Zeit der neuen Partnerschaft und das ist ein ganz enges Verhältnis das kennst du sicher auch mit deinem Instrument Ein bisschen rhetorisch ist die Frage klar gerade den Streichern sagt man das ja auch nach deswegen werden ja Instrumenten dann auch oft Namen gegeben von Vorbesitzern weiß ich nicht ob man damit eine bestimmte Eigenschaft verbinden möchte oder nur die Herkunftsgeschichte erleuchtern aber es scheint ja so als wenn dann so eine Namensgebung dem Instrument noch mal wieder eine Persönlichkeit zusätzlich verleiht wenn man weiß das ist halt es gibt zum Beispiel einen Stradivari Cello Ex-Gedron oder so wo eben ein berühmter Spieler der Vorbesitzer war ob das jetzt wirklich dieses Instrument in seiner Eigenschaft beschreibt oder einfach nur ein Prädikat wo es herkommt ich weiß es nicht aber man fragt sich das natürlich so wie viel ist da Assoziation und wie viel ist da wirklich nachvollziehbar ich trenne das gar nicht so das ist natürlich ich sag mal in dem Holz ist ja auch noch der alte Baum oder mehrere Bäume das ist eine Fichte das ist ein Ahorn hier ist ein Ebenholz das sind die stecken die stecken ja auch noch da drin mit ihrem Leben und so es ist ja eigentlich sowieso alles in einem Kontinuum zu verstehen und unsere Bilder die wir uns dann davon machen oder unsere Emotionen die wir damit verbinden sind ja auch in einem Fluss und die Schuld meines Vaters steckt in mir auch drin und ich habe versucht die ein Stück weiter zu lösen oder weiter zu entwickeln das ist irgendwie alles Teil eines Kontinuums und das Thema Krieg und Aufarbeitung ist ja auch nicht durch unsere Eltern auch nicht dadurch dass sie gestorben sind erledigt sondern wir als nächste Generation und unsere Kinder auch und so haben damit zu tun und ja ist das was was für dich in dem Instrument konkret drin steckt oder einfach nur in seiner Vorgeschichte die halt mit dem Instrument übergeben wird also fühlt es sich für dich anders an oder fühlt es sich nach einer Kriegsschuld an oder also ich selber fühle mich nicht mehr schuldig sondern ich fühle sozusagen das Leid was damit verbunden war und möchte und möchte dieses Leid auflösen indem ich zum Beispiel diese Beziehung zu den Kindern des Besitzers aufgenommen habe und ich habe so viel schöne Kommunikation mit denen und auch der Schwester die da nicht wohnt aber die sofort auch damit eingestiegen ist gehabt von Herzen und sie möchten auch dass ich da ein Konzert gebe und ich möchte diese Geschichte die ich übrigens im Nachhinein aufgeschrieben habe damals und die auch inzwischen ins Französische übersetzt worden ist zweisprachig in einem Buch auch veröffentlichen was wollte ich sagen jetzt bin ich gerade raus jedenfalls die Geschichte entwickelt sich weiter es ist immer noch nicht zu Ende sondern es geht es entwickelt sich weiter und ich mache auch wie hier im Bunker mache ich auch jetzt noch ungefähr zehn weitere an zehn weiteren Orten so eine Lesung mit Musik und möchte das vielleicht auch irgendwann ins Netz stellen also ich möchte einfach diese Geschichte die für mich etwas fokussiert hat auch weiter schenken und ich glaube das ist das ist das was ich tun kann und mit meinen Tönen deswegen auch Töne Umvergebung auch mit meinen Tönen dazu beitragen weil die Töne können oft viel noch tiefer berühren als wenn man nur nur darüber spricht ja ja deswegen ist diese Verbindung ja auch gerade mit Lesung und Cello Spielen natürlich bestechend das ist schon sehr schön hat sich denn jetzt euer beider Verhältnis das Cello und du nochmal nach der Reise verändert oder ist es jetzt einfach nur irgendwo in sich stimmig geworden und Fragen beantwortet aber ihr geht nach wie vor so miteinander um wie vorher wenn du mal an ich sag mal an deine Partnerin denkst dann dürftest du das überhaupt nicht so sagen wir gehen so miteinander um wie wie immer sondern eigentlich ist es immer neu man begegnet sich immer wieder neu und das ist eigentlich auch die Qualität die es frisch hält wenn ich das Cello auspacke ich weiß nie wie wir jetzt miteinander klarkommen so wir müssen uns immer wieder aneinander antasten und dann kommt natürlich auch sowas wie diese Geschichte aber auch die Umstände die gerade jetzt sind was man sonst noch mitbringt der Raum die Temperatur und die anderen Gedanken die man hat und so das kommt alles mit ins Spiel das mit dem auspacken das lassen wir einfach mal schön so im Raum wir stehen gerade im Hinblick auf die Partnerin finde ich ein wunderbares Bild ganz kurz abschließend eine Frage zum handwerklichen Aspekt wie hast du diese Geschichte bewahrt hast du eine Art Reisetagebuch geführt oder aus dem Gedächtnis nachher alles aufgeschrieben wie wie ist wie ist passiert ich habe aus dem Gedächtnis aufgeschrieben aber eigentlich direkt nach der Reise und das floss nur so aus mir heraus ich bin kein Schriftsteller aber irgendwie kam es so randvoll mit Erlebnissen oder wie Martin Luther sagte was das herzvoll ist das geht der Mund über das ist dann da passiert ganz herzlichen Dank Wilhelm Schulz für deine Geschichte und die vielen erhellenden Erklärungen dazu vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bis zum nächsten Mal